Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bleibs da, bleibs da, auf treten hab ich gesagt, Helmut Hund, bleibs da! Wurde, wie soll ich das tun? Ja, aber das ist ja niemand jung! Das ist ja nicht mehr jung! Das ist ja ganz alt, schau! Das ist ja nicht mehr jung! Schau! Aber jung ist ja auch nicht mehr. Man darf sich aufpassen. Er sagt, es ist ein Junge. Du, schau, das ist ein Junge, das ist ein Steubert. Wieso bleibst du nicht am Stürmen, wenn ich sag, wo wolltest du jungen Weibach? Ja, weil wir nicht so sein Weibach. Ja, sagst du es, da fangen wir nicht so an! Du kannst schwören. Ja, da wolltest du es machen. Meine Herren, eins sagt, der Hilder hat die höchste junge Frau, haben wir gerettet. Ja, komm da, Hilder! So ist es, wie wir uns jetzt! Hei! Frechneid, rei, rei, rei! Okay, geh mal, geh mal gerade! Wann wir das, wie wir hier her來了? Neun niño, neun niño, naun niño, naun niño! No, 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 no! Nimmst du es, nimmst du es. Ja, Kameraden, der Feuerwehr Gnanning, wir bedanken euch, dass ihr uns nominiert habt für diese World Challenge. Wir haben das, glaube ich, recht gut erfüllt. Ich darf mich bei uns im Mitwirkern recht herzlich bedanken, das ist der Abseitzer Franz, für die Abseitzer Buam. Bravo! Danke! Weiters bedanken von Neubert Heubert, für Steins 2 Drödel. Danke fürs Mitmachen! Ich glaube, wir haben das recht gut hingekriegt, weil der Krieg sie von uns gehe ich aus. Wir sind dafür nass geworden, ne? Ja, weiters möchten wir nominieren für das Nachher für das Schneeballsystem, nehmen wir von uns einen Abschnitt, ob wir Steins 2 Drödel, die Feuerwehr, Sankt Steins 1! Weiters nominieren wir, das ist ein Kamerad von uns, der Kommandant ist der Herr Hinteregger von der Feuerwehr Wienerbrück aus Niederösterreich und von der Landesfeuerwehrschule Lebring, den technischen Zug. Ich danke für euch, für euch mitwirken und bleiben wir mit einem Guteil! Loweil! Weiters youtuberer! Wer ist in der thus? Loweil! Wer ist in der thus? Loweil! Bleib! Loweil! Boot gehört! Untertitelung des ZDF, 2020